Vibhushan Sana ist die Stellung des Schmuckes. Vibhusha ist Schmuck. Und letztlich hast du deine Füße wie einen Halsschmuck vor deinem Brustkorb. Im Sitzen bring die Fußsohlen zusammen, gib die Arme unter den Unterschenkeln hindurch, falte die Hände um die Füße und ziehe dann die Füße zum Brustbein hin. Schaue dabei zur Nasenspitze und atme gleichmäßig ein und aus. Dieses Vibhushasana, manchmal auch genannt Udharasana.